Hallo, sie kenne ich ja noch gar nicht. Ich bin keine Barfrau, tja leider, denn Barfrauen beneide ich sehr. Sie tragen so herrliche Kleider mit Ausschnitten tief wie das Meer. Auch ich wollte sowas mal tragen und kam dekolletiert nach Haus. Doch statt mir was Nettes zu sagen, da lachte mein Hannes mich aus. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du es niemals lernst. Kindchen, du bist und bleibst ne Rollkullover-Schönheit. Das mit dem Dekolleté ist deine Schnaps-Idee. Sowas kriegt man als Mann doch viel zu oft zu sehen heut. Man will heut lieber etwas ahnen anstatt sehen. Und sowas Molliges, so etwas Wolliges, was besser zu nem Seemannswein. Ja, nun bin ich bekehrt, denn er hat mich belehrt, dass ich ne Rollkullover-Schönheit bin und bleib.